Liebe Eltern, Kinder, die schnell und fliessend lesen, können sich besser auf den Inhalt konzentrieren, sind in der Regel gut in der Rechtschreibung und nehmen euch eher ein Buch zur Hand. Ich möchte euch jetzt auch eine einfache Methode vorstellen, wie ihr euer Kind zu Hause motivieren und unterstützen könnt, damit es im Lesen Fortschritte macht. Dafür braucht es einen Timer, ein interessantes und stufengerechtes büchfrauers Kind und nur 5-10 Minuten Zeit pro Tag. Salut, Naida. Hi. Geht's? Ja. Gut. Bist du nervös? Ja. Aber du hast auch dein Pferd dabei, gell? Mhm. Und das gibt dir sicher Kraft für das Lesen. Wir zeigen jetzt das Speedlesen der Eltern. Okay. Gell? Ist gut? Ich habe den Timer auf 5 Minuten eingestellt und dann kannst du dich loslegen. Vor langer, langer Zeit lebte im Meer ein König mit seinen sechs Töchtern. Alle waren wunderschön, doch die Jüngste war die Schönste unter ihnen. Ich nenne noch die Methode Speedlesen. Euer Kind liest den Text so zügig wie möglich. Achtet aber darauf, dass euer Kind richtig liest und bepunktet mit der Stimme am Brigade mit einer kurzen Pause. Leset mit. Unterbrechen aber so wenig wie möglich. Nur bei grässeren Schwierigkeiten. Merken kann die schwierigen Wörter verspärten. Nach ihrer Grossmutter und den Schwester, was an der Oberfläche geschehen war. Klingel. 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 Super. Und? Gut. Gut. Du hast das super gemacht. Ganz gut. Gut. Jetzt müssen wir schauen, was dein letztes Wort war. Markiert die Stelle, bis wo das Kind gelesen hat und schreibt das Datum hin. Markiert anschliessend die schwierigen Wörter im Text. Euer Kind leset jetzt den gleichen Text jeden Tag fünf Minuten vor. Und das während einer Woche. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr natürlich auch zwei Lesendurchgang pro Tag machen. Durch die vielen Wiederholungen trainiert euer Kind die Augenbewegungen, automatisiert die einzelnen Wörter und entwickelt so eine Leseroutine. Bevor im nächsten Tag das Beilesen wieder losgeht, lädt ihr zuerst das Kind die schwierigen Wörter vorlesen. Das hier. Und das hier. Und dann beginnt es fünf Minuten Lesen an. Gut. Los. Vor langer, langer Zeit lebte im Meer ... Ihr werdet beobachten, dass euer Kind den Text nach jeder Wiederholung schneller und flüssiger liest. Am Schluss markiert ihr jedes Mal das Datum, damit euer Kind den Fortschritt sieht. Erfolgserlebnis ermütigend und motivierend. Das Lesen macht immer mehr Spass. Nach einer Woche geht ihr einfach weiter. Ein neuer Text kommt. Speedlesen ist geeignet für Kinder, die schon lesen können. Es kommt aber auch bei Teenager gut an. Mit dem Tempo und dem Zeitfaktor hat es einen Wettkampfcharakter, der vor allem eure Kinder anspornen. Ihr werdet sehen, liebe Eltern, dass das Speedlesen auch dem Kind weiterhilft. In zwei, drei Monaten könnt ihr feststellen, wie es Fortschritte gemacht hat. Ihr könnt euer Kind beim Lesen ganz am Anfang und dann nach zwei, drei Monaten auf einem Tontrager aufnehmen. So kann euer Kind den Lesenfortschritt kehren. Euer Kind wird freitun und stolz sein. Feiert die Fortschritte und belohnt vor allem die Anstrengungsbereitschaft. Ihr könnt ja zusammen zum Beispiel den Lieblingsfilm von ihm schauen mit Popcorn, was auch immer. Ihr werdet stolz sein auf euer Kind. 5-10 Minuten pro Tag. Das lohnt sich. Как ein Gerät in mir. Bei euch. Wenn ich enrich. Du bist bei euch. Bleibt M겠어요. Ich bin. Wochenende. Ich bin. Widerley.